hey leute willkommen zurück hier ist wieder euer obo game ihr habt gesehen ich bin gestorben ich habe es bis dahinter geschafft aber dann habe ich nur noch chaos zusammengebaut und wir machen es jetzt ganz anders wir sind im dunkeln voll rum geirrt und haben unser ding schau jetzt habe ich wieder so ein hier okay jetzt bin ich gespannt ob ich dem helfen kann nein die akzeptieren das alles nicht ich laufe jetzt da hoch ich mache erst bevor ich was anfange hier da muss ich glaube ich so oder so ich glaube ich muss dann so lang einfach den fluss folgen dann bin ich da in der mitte haben wir doch das eine ding kein problem ich habe ein chaos zusammengebaut ich musste einfach nur hier geradeaus runter hier da baue ich jetzt meine welt auf ich überlege mir wo genau entweder da in die mitte oder ich hier einfach nicht aber hier einfach in die mitte so hoch oder kann ich da hoch und ich da hoch kann und bin ich da hoch kann ich da hoch ja kann ich schon ja aber hier nein ich bin schon am wasser ich bin ich bin ich bin Einfach hier. Ja, passt doch. Ja, Mann. Hier fange ich an zu bauen. Okay. So, meine Freunde, wir fangen an und hier. Ja, ja, auf die müsst ihr aufpassen. Die hocken wirklich da und warten, bis du echt mal so einen Griff da machst. Und so. Bei der Hand ist Bambus. Sollte ich aus Bambus oder nicht? Okay, ich habe einen Drink. Okay, wir legen los. Dann brauche ich einmal, zweimal. Ja, Mann. All right, Mann. Sollte ich aus Bambus oder was? Sollte ich aus Bambus oder was? Und dann nehme ich mir so ein Ding. Wir schaffen das kein Thema. Dann speichern wir außer uns überrascht wieder so einen Wahara-Krieger und so. Dann speichern wir außer uns überrascht wieder so einen Wahara-Krieger und so einen Wahara-Krieger. Ja, ich freue mich schon voll drauf, dass wir endlich angekommen sind und endlich mal... Craften, Survival... Okay, jetzt braucht der ein Dach... Aber irgendwas stimmt da nicht. Also ich habe das schon mal gespielt und... Es war nicht so, dass er auf einmal irgendwelche anderen Moves hier macht. Oh, keine Ahnung. Er macht da plötzlich irgendwelche Moves und so, die er davor nicht gemacht hat. Oh, keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich das so sagen. Okay. okay wir sammeln erstmal alles hier jetzt können wir speichern okay speicherstand hier bitte und jetzt brauche ich mein bett ja stimmt jetzt unsere fähigkeiten werden auch immer hier stärker ich weiß mein kumpel was kann ich machen ich habe gar nichts oder schade nicht dies nicht das nicht ich brauche erst mal ein bett dann kümmere ich mich um das ganze wasserzeug ich brauche das ganze holz stock ja prät ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 I need to rest. I'm Jack Higgins. Oh shit, seriously? Seriously? Really? Really? Yeah. I need to rest. Okay, soweit so gut geschafft, jetzt ruhen wir uns eine Hunde komplett aus. Hier ist der Fisch. Wir haben irgendwas. Wasser und Fett, wir brauchen Fett, Alter. Ja, essen wir das ganze Zeug hier weg. Das brauchen wir immer noch. 15 Prozent. Nein. Essen. 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 Ja, ich lass mal jetzt diese Party da. Wasser können wir auch hier trinken. Aber, wir machen hier noch so ein Ding. Eigentlich könnte ich sowas machen, dass ich so eine Terrasse hier habe. Ja. Sieht schick aus. Dann kann ich mein Feuer und so das ganze Zeug hier unten machen. Was brauche ich da? Falscheid 2 und 4 Longsticks. Habe ich irgendeine Axt? Habe ich noch nichts. Habe ich noch nichts? Habe ich noch nichts? Habe ich noch nichts? Habe ich noch nicht? Such was mich bei. Ach. Ich mach's so. Wir sammeln. Und dann craften wir uns mal hier, wie war das, einmal, zweimal, sowas und sowas, ja. Nummer 3, Trockenzunder, immer gut fürs Feuermachen, dich rette ich noch meinen Freund, was das denn drunter steckt. Auch die müssen wir aufpassen, wenn wir da dagegen hauen und dann verletzen wir uns. Ja, durstig, aber ich habe leider noch kein Ding. Und das machen wir gleich, erst machen wir hier unser Feuerdingstil klar, unsere Feuerstelle. Und dann kochen wir. Okay, wir brauchen Seile. Ja, also mir gefällt das total, vollkommen. Ist sehr entspannend. Und dann kannst du dir volle Sachen craften. Und hast immer einen Speicherpunkt. Macht sehr viel Spaß. Okay, jetzt brauche ich Seile. Und hier, dieser Platz ist einfach optisch schön. Da gibt es viel zum Looten, zum Holen. Wir sind bei den Stammesdorfmitgliedern hier gleich und da vorne ist das Dorf. Ja, Jack, Alter, du musst halt ein bisschen Geduld zeigen, bitte. Okay, jetzt brauche ich ein Dach hier, damit ich anfangen kann, hier zu kochen. Wie mache ich das nur? Ähm, ähm, ähm. Boah, habe ich plötzlich vergessen. Ein Dach übern Kopf, mein Freund. Palmedach. Hier musst du aufpassen, weil hier ist so eine... Giftspinne versteckt und immer unterwegs. Okay, jetzt können wir hier... eine große Stelle mit Feuer machen. Ähm, wo ist das große Ding? Oh Mann, ich muss erst ins Dorf, glaube ich. Okay. Eine große Stingfeier brauche ich. Warte, ich lauf mal ins Dorf rein. Da bin ich. Warte, ich lauf mal ins Dorf, glaube ich. Warte, ich lauf mal ins Dorf. Warte, ich lauf mal ins Dorf. Warte, das Dorf ist hier. Ja, mein Ding. ok ja wo ist mein freund was geht alles fit im schritt ich will aber später später mit dir sprechen ok ich baue meine welt da hinten auf gibt es eine erlaubnis doch hier ja hier ist auch später belohnt macht gut wenn ich schon hier bin ich schon langsam alles mitnehmen du hast bestimmt auch was da hier ist sehr schön hier gibt es alles ok wir bauen uns jetzt noch das feuerding auf das große wir haben hier genug material tja verarsch dich doch selber mal wo sie für sich es es er hat zum Glück waren wir haben fleißig und haben schon vorgesammelt großer stein acht stück jetzt wird das einzige blöde dass wir hier steine brauchen und höchstwahrscheinlich nicht so viele finden werden wie ich mir gedacht habe beide Ja, da, 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 da. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, schüt. Nürnzweinstein, doch da. Okay, jetzt brauche ich kleine Steine. Schauen wir mal, ob wir kleine Steine finden. Den können wir sammeln. 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 Jawohl. Okay, Leute. Wir speichern. Wir machen so. Ich hole euch wieder ab. Danke fürs Zuschauen. Bleibt alle gesund. Euer Auro Game.